Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Abstimmung heute hat schon eine gewisse, in Anführungsstrichen, historische Bedeutung, denn wir ebnen den Weg für freies WLAN in der Bundesrepublik. In ganz Deutschland soll es künftig offene Netze geben, und damit wird der flächendeckende Internetausbau weiter beschleunigt, und das ist auch gerade wichtig für die ländlichen Regionen. Ich sage das immer wieder bewusst als jemand, der aus dem ländlichen Raum kommt. Wir haben immer noch viel zu viele Gemeinden, wo wir nur sehr, sehr geringe Downloads, Bitraten haben und auch in weiten Teilen sogar der Mobilfunknähe sehr, sehr unzureichend ausgebaut ist. Dies ergänzen wir ja auch durch eine bundesweite Breitbandförderung und dem geplanten Digi-Netzgesetz zum Glasfaserausbau. Denn eins muss gelten, wir müssen die weißen Flecken bei uns bis 2018 entsprechend ausradieren, und das gelingt uns sehr wohl auch durch das WLAN. Und damit verbunden ist auch eine gute Nachricht für alle Hoteliers und auch Gastronomiebesitzer. Sie müssen nicht mehr dafür haften, wenn Ihre Gäste Rechtsverstöße im Internet begehen. Meine Damen und Herren, wir kennen das ja alle aus unseren Wahlkreisen, das Dilemma, was uns von Hoteliers und Kaffeebetreibern berichtet wird. Es gehört heute dazu, dass man ein funktionsfähiges WLAN den Kunden anbietet. Man möchte konkurrenzfähig sein. Und doch illegale Downloads der Nutzer haben Ihnen in den vergangenen Jahren teure Abmahnungen beschert. Und damit ist nun Schluss. Wir geben den WLAN-Betreibern Rechtssicherheit. Und dazu werden Sie mit den Netzanbietern gleichgestellt. Das heißt, Sie profitieren vom Haftungsausschluss. Und meine Damen und Herren, wir haben ja gerade diesen Regierungsentwurf dahingehend auch verbessert. Und dabei orientieren wir uns sehr wohl inhaltlich an das, was der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs vorgegeben hat. Denn eins ist nötig und auch wichtig, dass wir den Europaraum dabei nicht vergessen und schauen auch, wie es dort geregelt ist. Und er hat ganz klar ausgeführt, dass es keine völlige Haftungsfreistellung geben kann. Das heißt, wenn in einem Netz eindeutig Rechtsvergehen erfolgt sind, muss ein unterbinden weiterer Vergehen per Gerichtsbeschluss möglich sein. Und dieser Punkt, der wird bei den Linken und auch von der Grünen und auch in Teilen leider bei der SPD vernachlässigt. Denn wir können nicht den Schutz von WLAN-Betreibern über den Schutz von geistigem Eigentum stellen. Und das sagt der Generalanwalt vor dem EuGH. Wir brauchen vielmehr ein Gleichgewicht zwischen den Informations- und der unternehmerischen Freiheit einerseits, sowie dem Urheberrechts andererseits. Mit unserer Regelung haben wir eine ausgewogene Balance dieser Grundrechte erzielt. WLAN-Betreiber, Nutzer und Rechteinhaber werden gleichermaßen berücksichtigt, und das bei einer praktikablen Handhabung. Meine Damen und Herren, damit erfüllen wir den Koalitionsvertrag. Und darin steht auch, dass wir die Bürger über die Risiken offener Netze aufklären. Ich möchte darauf hinweisen, dass man sensible Daten wie beim Online-Banking nur in privaten Netzen abrufen sollte. Ebenso sind E-Mails zu verschlüsseln. Und wir müssen, und das haben wir auch im Koalitionsvertrag entsprechend festgehalten, diese grundlegenden IT-Kompetenzen noch stärker in der Zukunft vermitteln. Im Regierungsentwurf war auch vorgesehen, die Haftung von Plattformbetreiber zu regeln. Und da haben wir ganz klar gesagt, das muss auf europäischer Ebene geregelt werden. Das sind ja besonders Geschäftsmodelle, die im Wesentlichen auf Verletzung von Urheberrechten bestehen. Diesen Plattformen muss schlichtweg der Geldhahn zugedreht werden. Und Sie dürfen keine Werbeentnahmen mehr einnehmen. Meine Damen und Herren, diese Änderungen beim Telemediengesetz werden gewiss nicht die letzten sein. Der digitale Wandel wird weiterhin angepasst werden müssen. Und wir als Union setzen da auf eine verantwortungsbewusste Digitalpolitik. Und mit diesem WLAN-Gesetz legen wir auch das Fundament für neue Geschäftsmodelle. Wir geben innovativen Diensten heute die Möglichkeit, sich freier und leichter zu entwickeln. Ich rufe insbesondere die Kommunen, die Landkreise dazu auf, insbesondere auch die Bibliotheken, WLAN-Netze anzubieten, das entsprechend einzurichten. Denn Sie sind sehr wohl, und das hat auch der Kollege Held treffend gesagt, ein wichtiger Faktor für Bildung, für Tourismus und Wirtschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist Kollege Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90. Dr. Konstantin von Notz Bündnis 90. Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90. Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90. Dr. Wolf Morris, Bündnis 90. Dr. Wolf, Wolf, Virch. Dr. Wolf, Fish expectanten